so weil es gibt kein das ist so verpackt da ich hab mir erfolge haben wir das endlich überhaupt schon gefunden als das Endportal? weil halt keine Mobs spawnen so wirklich, weil wir halt zu viel späseln doch, das Portal haben wir schon, aber keine Endermänner ich geh mal gleich auf ne Suche nach ein paar Endermans wirst du nix finden ich frag mich bloß, wo sind die Monster und die Tiere ja wir sind halt zu viele Leute, wir sind zu viele Leute, ich hab Angst vor dir wir sind alle, wir sind zu viele Leute auf zwischen den Server die spawnen halt einfach nicht, weil wir halt alle verteilt sind die Dinger spawnen halt normalerweise auf einen Haufen also die spawnen halt immer so einigermaßen aber wenn wir überall sind, dann wird das, wird das spawnen normalerweise aufgeteilt, aber da wir acht Spieler sind und der Server von Minecraft schon mit acht Spielern überfordert das so n bisschen spawnen halt nix mehr, weil wir zocken halt auf der Xbox das heißt, dieses Spiel ist hier gerade so Spiel und Server Boah, Scheiße, hab ich mich grad erschrocken naja, ich hab's unten gehört, ich bin unten am Bedrock und ich hab den Blitz gerade gehört ich hab meine Sons viel zu laut, ich musste jetzt leiser machen ich geh auch nicht weiter wow aber ich bleib hier in der Part, wenn ich darf der Reise sieht aus ist ja aus, also kann dem Heuzhausen ja gar nix passieren jemand Gamescom dieses Jahr? nö ich war am überlegen, ob ich hinfahre, aber äh das ist halt einfach acht Stunden entfernt mit dem Auto, ne also kein Interesse, acht Stunden hin zu düsen, ganz ehrlich ja, ich wohne halt oben in Deutschland wo ist der Gegend gekommen? in Köln, oder? ja ja, ich schau mal jetzt einmal nach von mir entfernt bei mir sinds ein bisschen mehr als acht Stunden der war der mal kürzeste für mich? Köln? Köln? Köln, Deutsch Köln in Deutschland, oder? Deutschland, oder? ja, natürlich, wo sonst? Österreich, oder? ja, in Portugal so, mein Ort geb ich jetzt ein ich streame eh nicht, oder? ne, weiß ich doch nicht, alter wie viel brauchst? 8 Stunden was? ich brauch 7 Stunden und 43 Minuten mhm, ich bin auch, ich bin knapp über 8 Stunden bei mir ja, wir sind in Österreich warte, mit dem Flixbus, der geht schäler, glaub ich Flixbus? Flixbus dauert länger Flixbus Flixbus dauert länger Autos schneller als Flixbus, definitiv warte mal, Gehweg Flixbus Gehweg, wo ist denn der Gehweg? wo ist denn der Gehweg? wo ist denn der Gehweg? so Allermann, wie soll ich jetzt eigentlich deine Pickaxe wieder geben? ich bin jetzt durch, glaub ich ich meine, Kies, also äh, du hast aber nicht die Endertruhe wie viel der Schwerkraft zum Opfer die Endertruhe ist, äh, die Endertruhe ist in meinem Haus drin mhm, bin ich jetzt hier gelandet Mecklenburg 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 Ohrbommern Ohrbommern Mecklenburg 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 wie gesagt, ich brauch von mir Du wohnst im Barth Was, im Barth? Bin ich denn hier gelandet? Ja Von den Simpsons oder was? What the fuck? Ja, ne, da gibt's wirklich eine Stadt, äh, eine Stadt, die heißt Barth Wo ich die hier tun? Naja, es gibt alles mögliche an Lundersen Ich bin ja ein Junge Als ob hier ein Dealer gespawnt ist Bei mir im Keller Hier ist einfach fucking, hier ist einfach fucking Lamas, die hier rumrennen Was hab ich verpasst? Nein Alles gut, alles gut Oh nein Ist da einfach noch Kohle drinnen? Naja, hab ich nicht Okay Gehe ich wieder Brauchst du Kohle? Naja, ich glaub ich dürfte noch ein bisschen was haben, aber Ich würd halt gerne das Eisen durchschneiden, was ich hab, ne Weil ich hab da jetzt irgendwie, ich glaub knapp Zwei Stacks fast Also eineinhalb Stacks Eisen damit gefahren Obwohl ich's eigentlich gar nicht wollte Ich hab's einfach nebenbei mitgekriegt Ja, ich hab 75, äh, Eisen Soll ich mich gleich mal fertig machen Hab ich noch irgendwo was Der nächste, der so ein riesen Haus baut Was? So Ja du? Ich? Ja Ich bruch hier ein Ich bruch hier ein Ich bruch hier ein Rest Der ist Loh, ist er bombardiert oder was? Elen So Da bricht immer den ganzen Stein rüber Und hoffen wir mal, dass ich nicht vom Blitzer schlagen werde War da nicht mal irgendwas mit, wenn du ne Eisener Rüstung hast, kann der hier Blitz treffen Warte mal was Ich weiß es nicht Alter, das ist zu laut, das Game Muss ich gleich hoch stellen So Die Burg sieht schon ganz nice aus So in dem 3D-Arts Sieht schon heftig aus Was? Meine Burg Wofür legt man dann an Öff Ähm, ganz oft Diamanten am Bedrock? Ganz unten oder nicht? Ungefähr Höhe 11 Aber die musst du abzählen, weil ich das eingestellt habe, dass man das nicht sehen kann, bei welcher Höhe man sich befindet Höhe 11 immer Kostet 9 Euro, ist richtig geil Äh, ist immer so, ich wurde mir schon von Kollegen empfohlen Ich kenne halt welche, die spielen das Spiel auch schon Die haben dann irgendwie 80 Spielstunden oder so in dem Game Aber ich würd's mir nicht für 10er kaufen Also von dem, was ich gesehen habe Und dann mit 10 Euro, kostenlose Spiele, die sehen besser aus Ne, ich hab's mit dem Sale gekauft Ja, aber der ist ja nicht mehr Ja, aber der ist ja nicht mehr Ich hab mit dem Sale nur ein Spiel gekauft und das war halt immer noch Starborn Hat sich aber gelohnt Hat sich gelohnt Hat sich gelohnt, ne? Hat sich gelohnt, ne? Hat sich gelohnt, ne? Ja, hat sich gelohnt, ne? Ich hab nur Star für dich Wissen Jo Starborn ist aber auch Wenn du Stein hast, bitte oben in meine Truhe reinschmeißen Weil ich, ich bin jetzt gerade um Ich hab Steinziegel Zwei Stacks Ja gut, die kannst du doch so mitgeben Und da ist es Eisen Eisen brauchst du mir nicht geben Eisen kannst behalten Eisen kannst behalten Ich brauch nur Stein Eichenbretter Eichenbretter, ähm Eichenbretter Kannst du die bitte bei mir oben hinschmeißen? Guck mal, ich hab ja da diesen Wasserfahrstuhl da Auf der ersten Ebene sind so zwei Doppelkisten übereinander Bitte in der obersten Doppelkiste reinschmeißen Dankeschön Was ich glaube noch nicht Was vorkommt für die, Mann, ist echt selten Weil ich versuche jetzt den ganzen Stein, den ich hier gefahmt habe rüber zu transportieren, damit ich den der Hände benutzen kann Ich stream das jetzt dann mal auf YouTube, dann kannst du es auch später ansehen Das werde ich nicht ansehen Wie geil das geht jetzt, ne Wie du einfach auf Kante suchen würdest mein Content zu klauen, was ist mit dir? Ich klaue ja nicht Natürlich, das ist mein Content, der hier produziert wird Alles in der Party ist mein Content, Digga Mit dem Beitritt einer Party habt ihr die Rechte auf euch selber Das war ein Schwachsinn Ich habe nichts unterschrieben Achso, mögliche Absprechung Als du in der Party irgendwas gesagt hast, hast du schon direkt deine Rechte vergeben So Das heißt, ich kann mit dir machen, was ich will, Anderman Dein Leben liegt in meinen Händen Und mach doch, ähm, hier Stein Hier, ähm, Stein? Was ist das für ein Stein? Na, dieser rote da Dieser Backstein Ne, das sieht komisch aus Ne, 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 ich weiß, Ziegelstein meinst du, ne? Ja Ne, das sieht komisch aus, als Dach ist das nicht, sieht das nicht gut aus Okay Da bräuchte ich was anderes So, ich guck mal, welche Mine das ist, Welt, die ich hier gefunden hab Ich glaub, du dürftest bei mir in der Nähe sein Ich hab noch drei Wenn ein Neta-Portal da steht, dann ist es meins Ich bin genau am Bett Bei mir ist niemand Ja, ich bin jetzt wieder hochgegangen gerade Hey, ja, Mann, ich weiß nicht, wie ich das Dach bauen soll Ich weiß zwar jetzt wieder, wie ich das, wie ich das nochmal bauen wollte, so ungefähr Aber ich weiß ja nicht mehr, wie ich das Dach bauen wollte Ich hab keine Ahnung, keine Ahnung vom Dach Wenn ich es aus Stein bau, sieht es in der Kacke aus, weil dann alles aus demselben Stein ist Wenn ich es aus Holz bau, ist es auch irgendwie merkwürdig Ich weiß nicht, wie ich das bauen soll Ich glaub, ich werde Holz wirklich nehmen Glas? Ja, Glas, ja, moin, Digga Einfach mal aus Glas, Junge Einfach mal aus Glas, ja, moin Alles gut, alterlich ins Ziel gehalten Auf einmal ein Glasdach Ja, moin, Digga Ich glaub, der mit dem nächsten Update kommt aus einem, die Stufen aus Glas Was? Wir reden über Minecraft, natürlich wird da nichts kommen, ein Update Irgendwas Kleines wird kommen So wie immer Ich hab noch drei Stacks, äh, Pflasterstein Hui Ja, brauch ich erstmal nicht Ich hab, ich hab mehr als genug gefarmt erstmal Ok Ich muss das erste Mal mich erstmal darum kümmern, den ganzen Mist von unten nach oben zu holen Und das dauert ein bisschen Ich hab noch Plot Also, Mark Burnout war ja, ach stimmt Mark Burnout war ja noch im Urlaub, ne? Stimmt, deswegen war er noch nicht dabei, okay Ich hab mich grad gewundert Wie brauchte man nochmal, wie stellte man nochmal rote Farbe her? Da brauchte man einfach nur ne Rose, ne? Mehr nicht, oder? Ja Ja Ok, gut Jo Aber, ah, scheiße, ah, scheiß Busch Äh, ich hab ja nicht viel jetzt hier Ich muss los, bin heute Abend wieder dabei, jo, dann, äh, bin ich mit der Ich frag mich, wie das wirklich bei Fortnite abgehen wird, heute beim Event Was macht ihr heute noch schon? Fortnite streamen Und, äh, nachher noch Lego aufnehmen kurz, bevor ich Fortnite streamen Also, ich hab heute wohl ich Aufnahmen immer gewinnen Ich mach heute noch nur noch Fortnite und dann noch irgendwas anders Warum höre ich eigentlich jetzt Minecraft Musik gerade? Ich werd arbeiten Mach das Bis 2 Uhr Äh, bis 2 Uhr morgens? Ja Vor allem, warum musst du denn arbeiten, what the fuck? Oh, hier ist Obsidian Von 19 bis 2 Uhr Alles klar Das ist mal, äh, eine geile Geschichte Soll ich ne, soll ich ein neues Ender-Portal machen? Ender-Portal? Äh, äh, ein Nether-Portal Du kannst gerne eins selber bauen, wenn du möchtest, aber ich weiß nicht Du bräuchst jetzt nicht unbedingt noch eins Na, falls jemand noch eins braucht Ich weiß doch damals jetzt im Minecraft Mod, wo du noch so einen Rucksack bauen konntest Das war, das war, das war geil So, da bin ich wieder Meinst du Backpack? Ja, ich weiß noch nicht mehr, wie die Mod hieß, wo du einen Rucksack haben konntest Das heißt, du hast unten im Inventar einen Rucksack ab Und darauf dann eben drauf gedrückt hast, konntest du im Rucksack-Inventar reingehen Und dann auch noch mal Sachen machen Das war so geil, ne, weil du konntest einfach so viel mitnehmen Und ich muss jetzt hier die ganze Zeit hinrennen Nimm ich wieder so ein paar Stacks mit Da renne ich wieder zurück, dann wieder hin, dann wieder zurück, dann wieder hin, dann wieder zurück Ich wusste gerade ein bisschen Oh nein, jetzt kommen die Oh die, Annaman, ich weiß genau, worüber du redest, Digga Genau die, Mann, wie können die nur Ich finde nirgends Diamanten Ja, ich weiß auch nicht, Diamanten sind, glaub ich, hier relativ selten gesät Ich mein, Eisen haben wir den ganzen Mengen gehabt Bist du schon wieder am Fressen, Andaman? Nee Du weißt doch, dein, dein Arzt hat gesagt, du brauchst immer so viel Essen, Alter Ich bin schon fit geworden Mann, Andaman, Junge, geht ja gar nicht Pass doch noch, komm mit deiner Tür, Alter, mach ich nicht wieder Mann, geht ja gar nicht Lass sie ihn, Alter Schmeckt's? Ja Das ist Andaman, bei ihm geht's beim Essen nicht ums Schmecken, sondern einfach nur ums Essen Ganz genau Geschmack ist egal, Hauptsache Essen So, eine Ladung Stein hol ich noch, und danach werd ich weiter bauen Dann hab ich nämlich keinen Bock, mit den ganzen Zeit von einem HP zu rennen Das geht langsam auf den Sack Ich glaub, mir ist das fünfte Mal oder so schon losgeraten, um den Stein zu holen Den restlichen Stein kann ich noch später holen Weiß eigentlich irgendjemand von Disney Plus kommt, also dieser Streamingdienst? Ähm, ich glaube Ende des Jahres, ich würd auf November schätzen, so ungefähr Ah Kennt ihr Zelda Breath of the Wild? Zelda Breath of the Wild? Nee Natürlich Natürlich Wie geht ihr das? Ähm, spielen nicht mehr, aber ich werd's zum nächsten Mal spielen, weil ich dir jetzt hier jetzt durchspielen möchte Ich spiel das jetzt fast jeden Tag nur noch Wie viele spielst du denn hast du schon? Äh, ich glaub 100 Ja, viel Spaß, Ryzix hat irgendwie was bei 500 oder so Der hat das Spiel zweimal auf 1000% gemacht, also er hat diese komischen Crocs, von denen es da 900 gibt, im Spiel hat er zweimal komplett gesammelt Ja, ich hab alle Schreine und fast alle Crocs Ja, er hat halt alles gemacht und zwar zweimal Ich hab's nicht mal einmal auf die Reihe gekriegt Ich hab das Spiel da durchgespielt und das war's dann großartig Ich hab den ganzen anderen Mist in Anführungszeichen nicht mal angefasst, weil das einfach zu viel war Ich hatte einfach kein Interesse die ganzen 900 Crocs zu sammeln oder die ganzen Schreine zu machen Das war mir einfach viel zu viel Na, da gibt's ein paar verrückte YouTuber, die das machen Ja Das ist halt einfach zu zeitaufwendig für mich Viel zu zeitaufwendig Ich war auch nie bei Lego-Spielen, wenn das wird sein Ich auch nicht Aber ich muss auch dazu sagen, ich spiel halt selten Lego-Spiele, ne? Ich hab jetzt erst wieder angefangen Ich hab das letzte Lego-Spiel, glaub ich, vor 10 Jahren gespielt oder so, als ich noch 13 war oder so Und dann hab ich halt jetzt erst wirklich wieder angefangen Ich spiel den anderen Ich weiß Ich spiel nur The Witcher Das ist The Witcher 3 Wild Hunt Ja Hast du auch die anderen beiden gespielt oder nur den dritten? Das spiel ich Alle Teile hab ich auch gespielt, den ersten, zweiten Ah ok, gut, dann kann ich dich nicht mitreden, ich hab nur den dritten gespielt Ich hab alle Ich hab zwar die ersten beiden über Backwards-Kompatibilität von Xbox, aber ich habe die nicht, also ich hab sie nie gespielt Ich hab's auch irgendwie nicht vor, ich weiß auch nicht Ich spiel auch Roy 2, aber ich hab alle Spiele dabei Du spielst Rage 2, wirklich? Oh, ich hab alle Spiele dabei Das spielst du auch richtig Ja? Das soll doch richtig negativ sein, also nicht so gut Ich weiß, ich spiel auch What Dead to Dance 2, Stage of Decay, Stand of Decay, Shenmue Ja Shenmue ist so'n Ding Oh, der dritte Teil sieht so grauenvoll aus Oh, was ich da gesehen hab Ja, das kauf ich auch noch Wirklich? Hast du nicht gesehen, dass es aussieht? Ja klar, ich kauf mir das Ja, aber kaufen, nur weil du... Ich weiß Bist du mal so griffst? Ich feier Shenmue Stehst du drauf, wenn was weh tut oder so? Ich weiß nicht Ich feier Shenmue ohne Ende Ja, aber ich find da... Also ich fand... Also was ich da gesehen hab, das fand ich echt grausam Also das war... Also... Was ist... Ich weiß nicht, dass da grauvoll aus Also was ich da gesehen hab, das war... Shenmue 3 ist einfach Geschichte für Kung Fu und Lernen Also... Also kannst du danach... Hast du danach einen schwarzen Götel, wenn du das Spiel durchgespielt hast oder wie?